Dein Urlaub steht vor der Tür und du möchtest so richtig entspannen, ohne Stress bei der Reise? Dann solltest du damit aufhören Google Maps zu verwenden und stattdessen die Apple Karten App nutzen. In diesem Video zeige ich dir meine besten Apple Karten Tricks für einen stressfreien und erholsamen Urlaub. Dabei zeige ich dir wie du gut mit verschiedenen Zwischenstops planst, deine Ankunftszeit mit anderen Kontakten teilst, die Urlaubslocation schon vor dem Abflug auschecken, Apple Karten offline verwenden kannst, wenn während der Fahrt mal dein Datenvolumen knapp wird und vieles mehr. Bevor es aber in den Urlaub geht, musst du zunächst deinen Urlaubsort aussuchen. Bereits dabei kann die Apple Karten App helfen. Die meisten machen den Fehler und schauen sich vorher ihren Urlaubsort nur in der Erkundenansicht an. Viel besser ist es aber, wenn du die Satellitenansicht auswählst. Dann bekommst du ein viel besseres Gefühl für den Urlaubsort. Du kannst zum Beispiel nachschauen, welche Farbe das Meer hat oder ob die Häuser dicht an dicht stehen. Wenn du auf 3D drückst, dann wird die Karte leicht gekippt, damit eine 3D-Ansicht entsteht. Und dann kannst du auch wieder hin und her navigieren, um dir deinen Urlaubsort genauer anzuschauen. Für das volle Urlaubserlebnis hat Apple Karten aber eine neue Funktion eingeführt. Klicke einfach mal auf das Fernglas und jetzt öffnet sich ein neues kleines Fenster und du bist quasi in deinem Urlaubsort angekommen. Dort kannst du dich einfach umsehen und sogar ganz normal die Straße entlang laufen. Das ist ähnlich wie Google Street View, nur noch viel cooler oder was meinst du? An bestimmten Stellen kannst du nicht weiter gehen, aber das ist kein Problem, dann gehen wir einfach mal die Promenade entlang. Dadurch bekommst du ein besseres Gefühl für dein Urlaubsziel und kannst danach in Ruhe entscheiden, ob du dich für dieses Reiseziel entscheiden möchtest. Nach deiner erfolgreichen Buchung starten wir dann mit den ersten Vorbereitungen und Einstellungen innerhalb der Apple Karten App. Dafür klickst du einfach nur hier auf dein Bild neben der Suche. Anschließend tippen wir die Einstellungen an. Hier kannst du zum Beispiel Autobahn vermeiden aktivieren, aber wir lassen erstmal alles deaktiviert. Du kannst hier in den Einstellungen deine ersten Präferenzen vorab einstellen, wenn du zum Beispiel häufiger mit dem ÖPNV unterwegs bist, anstatt mit dem Auto. Ich nehme mal an, du reist aber mit dem Auto und wenn du nach unten scrollst, gibt es noch weitere verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wir klicken nun auf Karten Einstellungen. Hier scrollen wir nochmal nach unten und tippen gesprochene Wegbeschreibung an. Ist dir deine Navigation oftmals zu leise, dann stelle lauter ein. Außerdem kannst du mit Apple CarPlay auch die Wegbeschreibung über das Radio aktivieren. Wir gehen dann zurück und du kannst, wenn du möchtest, einzelne Punkte wie den Luftqualitätsindex aktivieren. Ganz unten kannst du auch den Standort deines geparkten Autos aktivieren. Diese Funktion finde ich besonders nützlich. Bevor wir jetzt aber losfahren, solltest du noch einige Dinge beachten. Während der Fahrt kann es immer mal passieren, dass du dich in einem Funkloch befindest oder dein Datenvolumen verbraucht wurde. Deshalb solltest du eine Sicherheitsvorkehrung treffen, indem du beim Reisezielen nicht die Route anklickst, sondern auf Laden drückst. Jetzt erscheint ein Feld und innerhalb dieser Markierung wird die Karte heruntergeladen, sodass du auch offline noch zu deinem Ziel navigieren kannst. Je kleiner der Ausschnitt ist, umso kleiner wird natürlich auch die Dateigröße. Du kannst auch weiter reinzoomen für einen noch kleineren Ausschnitt. Anschließend mit Laden die Karte herunterladen. Für eine entspannte Reise in den Urlaub sollte man die Route vorher planen und natürlich auch den einen oder anderen Stopp unterwegs einlegen. Dafür musst du zunächst den Start- und Endpunkt festlegen. Dann tippst du auf Route und es werden verschiedene Strecken vorgeschlagen. Nun kannst du auf Stopps hinzufügen drücken. In die Suche gibst du zum Beispiel McDonalds ein. Es werden im Anschluss Läden angezeigt, die sich auf deiner Route befinden. Wir wählen diesen McDonalds aus und es wird die Fahrzeit angepasst. Wenn wir hier gedrückt halten, dann können wir die Position der Stopps verschieben. Wir wollen natürlich erst zu McDonalds, bevor wir am Ziel ankommen. Um die Urlaubskasse nicht zu sehr zu belasten, empfehle ich dir, wenn möglich Mautstraßen zu vermeiden. Nehmen wir mal an, du willst nach Nizza reisen, dann gibt es dort einige Mautstraßen. Wir klicken also auf den Punkt Vermeiden. Dort kannst du im neuen Menü dann Mautstraßen vermeiden aktivieren. Mit einem Klick auf Anwenden musst du das nochmal bestätigen. Dann lädt dein iPhone eine neue Strecke ganz ohne Mautstraße. Dein iPhone zeigt dir zusätzlich noch Hinweise an, ob du zum Beispiel durch eine Umweltzone fährst. Auch das solltest du beachten. Außerdem empfehle ich dir ein paar Tage vor der Abfahrt nochmal die Route zu überprüfen, ob zum Beispiel neue Baustellen hinzugekommen sind, welche deine Ankunftszeit verschieben könnten. Eventuell solltest du dann nochmal deine Route anpassen und diese Baustelle umfahren. Gerade wenn man fliegt, kann das dazu führen, dass du deinen Flieger verpasst und genau das wollen wir natürlich verhindern. Damit du die richtige Bekleidung für deinen Urlaub einpackst, solltest du auch vorher das Wetter vor Ort überprüfen. Das wird dir auch direkt innerhalb der Karten-App angezeigt. In Athen sind es zum Beispiel gerade schöne 30 Grad mit Sonne. Für eine deutlich bessere Übersicht empfehle ich dir aber die Wetter-App von Apple. Einfach in die Suche Athen eingeben und anklicken. Anschließend wird dir das genaue Wetter für heute und die nächsten Tage angezeigt. Wenn wir nach unten scrollen, dann wird dir auch der UV-Index angezeigt. Diese Information finde ich besonders wichtig. Um zu verhindern, dass du dir im Urlaub unnötige Gedanken machen musst, was du alles unternehmen willst, solltest du bereits vor der Abreise bestimmte Orte aussuchen. Die meisten machen aber den Fehler und speichern dies einfach nur in den Favoriten ab. Das führt aber irgendwann dazu, dass deine Favoriten ziemlich unübersichtlich werden. Deshalb machen wir das rückgängig und wenn du nochmal auf mehr klickst, dann wählen wir zu Reiseführer hinzufügen aus. Du kannst nun einen neuen Reiseführer erstellen und einfach kurz benennen. Mit einem Klick auf Fertig und dann oben rechts Erstellen wird der Reiseführer für Barcelona angelegt. Unter deinem Profil kannst du deinen Reiseführer öffnen und auch zusätzlich bearbeiten. Du kannst natürlich auch weitere Orte hinzufügen. Außerdem kannst du deinen Reiseführer auch mit anderen Mitreisenden teilen. Wenn du selber keinen Bock darauf haben solltest, deine Reise zu planen, dann zeigt dir Apple-Karten unter deinem Reiseziel auch einige Reiseführer von anderen Personen an. Du kannst diese dann einfach übernehmen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt perfekt vorbereitet für deinen Urlaub. Aber es gibt nur ein paar Dinge, die du während der Fahrt beachten solltest. Um Unfälle und teure Bußgelder für zu schnelles Fahren zu verhindern, solltest du beim Start deiner Route auf den Lautsprecher klicken und hier dieses Zeichen auswählen. Du bekommst dann während der Navigation auch gesprochene Informationen über Staus, Unfälle und Blitzer. Außerdem kann es sehr teuer werden, wenn du mit dem Smartphone am Steuer erwischt wirst. Deshalb rate ich dir dringend dazu, vorher den Fokus Fahren in den iPhone-Einstellungen zu bearbeiten. Du kannst dann zum Beispiel bestimmen, bei welchen Personen du eine Nachricht erhalten willst und welche Personen während der Reise nicht angezeigt werden. Wenn wir zurückgehen und nach unten scrollen, dann kannst du auf den Punkt beim Fahren klicken. Hier empfehle ich bei Verbindung mit Bluetooth im Auto zu aktivieren und mit CarPlay aktivieren, wenn du CarPlay hast. Dadurch startet automatisch der Fokus, wenn du in dein Auto einsteigst. Ansonsten musst du den Fokus Fahren manuell über das Kontrollzentrum aktivieren. So vermeidest du beim Autofahren Ablenkung und kommst gar nicht in Versuchung, dein iPhone während der Fahrt zu bedienen. Trotzdem kann ein Moment der Unachtsamkeit beim Autofahren fatale Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, eine Handyhalterung für dein Auto zu besitzen, die das iPhone auch bei holprigen Straßen oder bei einer Vollbremsung sicher festhält. Ich selber benutze diese Handyhalterung von ESR. Damit kannst du auch während der Fahrt dein iPhone laden und trotz laufender Navigation wird das iPhone nicht zu heiß, weil ein Lüfter in die Handyhalterung eingebaut ist. Der Link dafür ist übrigens in der Videobeschreibung. Nehmen wir aber mal an, du bist gar nicht mit dem Auto unterwegs, sondern deutlich nachhaltiger mit einem Fahrrad und möchtest nach München fahren. Dann kannst du hier auf Fahrrad wechseln und dir wird die neue Fahrdauer angezeigt. Oder du bist besonders mutig und willst zu Fuß nach München. Dann kannst du auch hier eine Fußstrecke aussuchen. Ich wünsche dir dann ganz viel Spaß bei 6 Tagen Laufen. In Großstädten gibt es natürlich auch hervorragende ÖPNV-Verbindungen. Dafür musst du nur statt Erkunden ÖPNV hier auswählen. Nun gehen wir hier wieder raus und zoomen in Berlin rein, bis du die einzelnen Straßenbahnen etc. besser siehst. Du kannst dann einfach eine Verbindung anklicken, zum Beispiel den Bahnhof beim Brandenburger Tor. Hier werden dir deine Straßenbahn- oder U-Bahn-Verbindungen angezeigt und die jeweiligen Abfahrtszeiten. Sollst du einem anderen Familienmitglied auch Bescheid geben, wenn du gut angekommen bist, damit dieser sich keine Sorgen machen muss, dann kann es schnell mal passieren, dass man es die ersten Stunden nach Ankunft am Reiseziel vergisst, weil man erstmal den Check-in machen oder seine Koffer ausräumen muss. Deshalb empfehle ich dir eine Automation dafür zu erstellen. Dafür verlassen wir die Karten-App und öffnen die Kurzbefehle-App von Apple. Wir klicken oben rechts auf Plus. Jetzt wählen wir Ankunft aus. Du kannst dann bei Ort einfach dein Reiseziel auswählen und auch einen bestimmten Zeitraum festlegen. Mit Fertig oben rechts bestätigen und dann musst du nochmal weiter tippen. Wir tippen einmal hier. Anschließend klickst du Nachricht senden an. Um den Nachrichtentext festzulegen, klickst du Nachricht an. Danach wählen wir noch den Empfänger, in meinem Fall die Mama, die unbedingt Bescheid wissen soll, dass ich gut auf Malle angekommen bin. Nun klicken wir noch zweimal hintereinander auf Fertig. Beim Reiseziel angekommen, möchtest du spontan ein Café in der Nähe besuchen. Dann brauchst du nicht selber an der Karte reinzoomen und nach einzelnen Cafés suchen. Du kannst einfach mal in die Suchleiste tippen und dann unter In der Nähe finden zum Beispiel Cafés anklicken. Jetzt werden dir auf einen Blick alle Cafés in der Nähe angezeigt und um dich zu entscheiden, kannst du einzelne Cafés anklicken und dir unter anderem Bilder von den Getränken und Speisen vorher anschauen. Darüber hinaus kannst du dir die Öffnungszeiten anzeigen lassen und überprüfen, ob die Bezahlung per Kreditkarte oder Apple Pay möglich ist. Wir haben uns jetzt für dieses Restaurant entschieden, dann kannst du über die Karten-App sogar direkt eine Reservierung vornehmen. Dies funktioniert über andere Apps, zum Beispiel Quando. Kurze Werbung in eigener Sache, möchtest du auch, dass dein iPhone-Homescreen so aussieht, dann kannst du mein eigenes iPhone-Homescreen-Design in vier verschiedenen Farben jetzt downloaden. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Solltest du eine Apple Watch besitzen, dann kannst du auch ganz bequem über die Apple Watch zu deinem Ziel navigieren. Dein iPhone kannst du dann sicher in der Hosentasche verstauen und alle Anweisungen erscheinen direkt auf deiner Apple Watch. Sei ehrlich, benutzt du bereits die Apple-Karten-App oder doch noch Google Maps? Schreib es in die Kommentare und lass gerne einen Like da, abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Außerdem habe ich dir hier links und rechts zwei weitere Videos verlinkt, die jeder iPhone-Besitzer gesehen haben sollte.